Hi, ich bin Igor Dolger, Chef und ich spiele Dennis Wettstück bei Alles, was zählt. Ab sofort sucht unsere Erfolgsserie nach Komparsen und Kleindarstellern. Habt ihr schauspielerische Erfahrungen und ein bisschen Zeit? Dann ladet einfach euer Video auf Your Chance hoch und die Überzeugung von eurem Talent. Es lohnt sich wirklich. Wir freuen uns auf euch. Das war's morgens. Alles mit mir auf deiner Ebene. Und ich hab noch nie Zeit. Es lohnt sich so.